Erster Ausflug mit den dreieinhalb, vier monatigen Welpen, Zodiak, mit den erwachsenen Rüdern, da meine Läufige Hündin, da ist der Fräser, Rolex, Armknochen und Knochen, so Berlis, komm, konjunktives Lernen, es ist alles gesagt, Eppel, lass die Hündin gehen. So, jetzt schauen wir mal, was passiert, wenn die Burschen freie Pläne haben. Das erste Mal, normalerweise Jungenhunde gehen ja straight ahead. So, gucken wir mal, was passiert. Ah, da sind sie schon. Ohne, dass man was gesagt hat. Das erste Mal, wohlgemerkt. Aha, da kommt der Knochen. Vertilger. Hi Freund. Was ist? Süßer, hab ich mich vermisst? Da braucht man gar nichts zu sagen hier. Steht mein Stuhl mitnehmen zu holen. Ich bin schon wieder müde. Es war ja eine große Wanderung bis hierhin. So, wir trainieren jetzt mal für Iron Dog hier. Oh mein Gott hier, meine Hüften, mein Kreuz, meine Schulter. Oh mein Gott. Das ist immer noch nicht sobald zurück. Wo sind die Maisel Nähe literature. Wer sieht also aus? Zodiac Rolex Tresa 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 Weißt man nicht Mein Schuh Habe ich mein Schuh verloren Mein eigen Dockschuh Tresa Hori 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 Rolex Zodiac Zodiac Tresa 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 Rolex Oh fein Rolex Wen haben wir denn da? Jupiter Mesch Bruch Äpfel Bennu So Jetzt wandern wir noch ein bisschen durch die Gegend Was heißt wandern? Wir wanken durch die Gegend Oh Gott Oh Gott hier Meine Schuhe Die wollen lieber schneller Ist ja unglaublich Konjunktiefes Lernen Konjunktiefes Lernen Tresa der Äpfel Tresa Sonst Tresa Is Sonst Tresa Untertitelung des ZDF, 2020 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 Vielen Dank.